hallo und herzlich willkommen zurück zu black mirror ja mal in einer etwas außergewöhnlichen variante heute wir müssen eine art schieberätsel machen und ich habe keine ahnung wie wir das irgendwie hinkriegen sollen wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin ich das sieht nicht so kann man das vielleicht das passt dann aber auch nicht nur ich tue das erst mal zur seite dann immer noch kleinere schnipse was ist mit dem passt das hier einigermaßen so oft das sieht doch gar nicht so schlecht aus oder ja das müsste ich glaube so rum kann man was damit lesen das würde hier nicht passen oder was ist mit dem ich weiß auch nicht ob man das überhaupt so also das ist auf jeden fall richtig rum das ist richtig rum blatt off was ist da rein es könnte eventuell so zusammenpassen wenn diese schreie mal aufhören würden das ist total nervig da kann man sich gar nicht konzentrieren myself oder sowas steht da oben es wird also wohl so rum sein doch so kann ich da nichts lesen wenn es jetzt andersrum drehe ich nehme an das schwarze muss ziemlich weit außen sein weil normalerweise immer was verbrennt verbrennt es ja von außen nach innen das heißt hier die sachen wenn die mal aufhören wenn ihr so zu kreischen hier die sachen nehme ich an gehören zum inneren teil das sieht mir aber irgendwie so aus genau als ob das auf dem kopf stand kann aber nicht hier rein oder das sieht anders aus schade passt alles irgendwie so überhaupt nicht zusammen ehrlich gesagt ich weiß es nicht passt das damit zusammen wünsche im moment die frage ist ja auch noch passt das überhaupt so zusammen oder wird das dann einfach so zusammen also einige das scheint wirklich zusammen zu gehören ja die drei sachen die bleiben hängen das ist schon mal gut vielleicht passt das noch dahin ah das ist schon mal gut das sieht fast so aus als ob man es hier vielleicht perfekt ähm das ist nicht so obwohl hier doch aha so da ist jetzt die frage wo gehört das jetzt hin oder gehört das eventuell aber da würde dann was fehlen oder moment das geht ah perfekt ähm also wir kriegen nicht die ganze karte zusammen so wie es aussieht ist das vielleicht doch falsch rum und das hier hier vielleicht ja und nun jetzt haben wir doch alles also wir haben noch nicht ach moment was war das ach da sind noch teile sagt mir das denn keiner moment kann man hier irgendwie so scheinbar war das immer noch nicht alles oder oder kann ich jetzt rausgehen da wollte ich nicht hin ähm ne also ich hoffe wenn ich jetzt schließe dass das jetzt nicht wieder alles kaputt ist besser bekomme ich es nicht hin ich erkenne nicht viel das blut von dreien die seele des einen was soll himmel was ist das was geschieht hier david ein traum in einem traum bleiben sie bei mir gemeinsam tun können nein er darf nicht wiederkehren komm zurück komm zurück ach so kann ich mich ach ich kann mich bewegen he he äh okay ach so jetzt ist das erst okay ich bin da sehr skeptisch ich will ja jetzt nicht wieder angegriffen werden ne noch eine seite aus der chronik aha Andrew scheint versucht zu haben meinen vater an einer art schutzritual zu hindern konnte ihr vater es vollenden weiß ich noch nicht okay soll ich nochmal mit ihr sprechen sehen sie meinen vater kaum nur im augenwinkel gehen sie voran ich folge nach äh und wohin oh Moment geht doch mal weg da Fototeile okay haben wir jetzt mittlerweile nicht mal alle Fototeile hier also hier scheint so nichts mehr zu sein ist hier nicht ach ne das sieht nur so aus wegen dem okay sie möchte nach draußen gehen also denke ich mal müssen wir auch nach draußen gehen ja aber was jetzt erkunden sie das dorf toll oh Moment er sitzt auch noch hier vielleicht kann er uns oh falsche taste oh nein vielleicht kann er uns hier helfen Rory Rory gibt es denn hier ja der Steinkreis vielleicht der hat ja was mit Ritual zu tun Aua aber hier ist keiner hm ach das ist doch Mist wenn man noch nicht mal weiß was man jetzt machen soll hm also jetzt ist so ein bisschen Ratlosigkeit ehrlich gesagt bei mir angesagt weil bisher wussten wir zumindest noch was wir machen sollten aber jetzt wissen wir überhaupt nicht mehr oder wir haben jetzt hier drin irgendwas übersehen vielleicht dass wir noch dass wir noch untersuchen können oder so ach man bleibt doch nicht immer überall hängen ja geh doch mal da raus kommst du gar nicht mehr raus oder was ach hm na haben wir denn irgendwas bekommen Baumrune so viel Wissen dass über die Jahrhunderte verloren gegangen sein muss ob Lea das alles immer noch für Aberglaube hält hm naja das bringen uns auch nicht weiter da müssen wir hier mal raus das Problem ist wenn wir jetzt wenigstens noch jemanden sehen würden oder so ne also noch irgendwie was berühren können noch eine Vision haben oder so du entkommst mir nicht nicht mir oder so oh nein nicht der Junge ja nein die kenne ich aus Indien gehörte sie ihnen ja als ich noch ein Junge war ich kann kaum glauben dass er sie aufbewahrt hat hier ist eine Abkürzung gehen sie vor ja genau achso hier rein wahrscheinlich ne wir müssen ja da hoch ey sag mir nicht der läuft jetzt tatsächlich zum Steinkreis ich hab jetzt gedacht von wegen Ritual ne müsste was mit dem Steinkreis zu tun achso die muss ich ich check das irgendwie mal zu spät ich weiß auch nicht äh ja leuchte leuchte nein er leuchtet zwar aber er macht wieder nix warum kann ich wieder ich muss wieder von vorn oder so wahrscheinlich ne ne so geht's auch schluss damit so fahr' ach 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 boah ich hab mal das Gefühl man kriegt Tinnitus hier ach 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 ich hörte stimmen aber sie sehen eindeutig mehr als ich ach mein vater kam her um sich unsere familie von dem fluch zu befreien aber er entdeckte dass Andrew viel schlimmeres vorhatte und versuchte ihn aufzuhalten der schwarze spiegel er hat er mit zurückholen in diese welt in eine nach alles er hätte ihm doch zeigen müssen dass der spiegel unkontrollierbar ist unberechenbar und hat ihr vater dieses schutz- ritual vollendet glauben sie es hat funktioniert Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, das hat es. Wie könnte er uns sonst noch immer helfen? Ich fühle, dass er mich erreichen will, aber ganz gelingt es ihm nicht. Ist es möglich, ihn von dort, wo er jetzt ist, zu befreien? Das hoffe ich sehr. Wir müssen Rory holen und zurück zum Schloss, bevor Andrew den Eingang findet. Wenn es nicht schon zu spät ist. Achso, sag doch, dass ich drücken muss. Sie sind zu schwach für einen Gorken. Genau wie ihr Vater. Ein Mann. Ein Mörder. Immer. Ein Mörder. Der behörmliche alter Mann. Du konntest noch nie, noch nie tun, was getan werden muss. Rory! Rory! Äh... Sind Sie verletzt? Lassen Sie mich mal sehen. Keine Sorge, Mädchen. Mir geht es gut. Was hat Angus gemeint? Dass Sie ein Mörder sind? Er hat nicht nur von sich gesprochen, oder? Nur das Gefarsel eines Sterbenden. Schluss mit den Ausreden. Sie wollen unser Vertrauen? Dann seien Sie ehrlich. Ei, ei. Schon gut. Es war vor langer Zeit. Ich war nicht der, der ich heute bin. Ich... Ich war jähzornig und ich trank. In dieser Nacht wurde ich wütend und Gott... Gott vergib mir. Ich tötete meine Frau und mein Kind. Und die Gordens? Sie... Sie haben es vertuscht. Genauso hoher war es. Ach... Darum arbeiten Sie all diese Jahre hier. Wegen dieser Schuld. Ich bin ein eigennütziger Mann. Hab mich hier versteckt aus Angst. Die Gordens zeigten mich an. Und Edward? Wussten Sie es? Ich wusste es. Ich wusste, was er tat. Aber ich war zu feige, um etwas zu unternehmen. Die Stimmen, die Sie vorhin hörten. War das Ihre Frau? Sie und Cecilia ein. Andrew. Ich glaube, er ist Edwards Sohn. Was? Unmöglich? Nein. Kann nicht sein. Er ist... Was ist er, Rory? Cecilias Kind. Ich ließ sie ihn weggeben. Ich wusste, wir hätten ihn besser umgebracht. Sie gaben Cecilias Baby weg? Was war mit Ihrem Mann? Oh, Edward hatte sich längst um ihn gekümmert. Wir müssen zurück. Könnt ihr mir aufhelfen? Bringt mich zurück ins Gewächshaus. Ich muss euch etwas zeigen. Können wir Ihnen helfen? Deinen Worten nach wirkte dein Vater einen Schutzzauber. Und zwar für dich, Junge. Wieso? Um dir zu helfen. Dich zu erreichen. Aus dem Jenseits. Du... Du bist besonders. Du hast möglicherweise die Macht eines Hochdruiden. Einer mit einer mächtigen Verbindung zu den Geistern. Was tut er da? Es ist dasselbe Symbol, das mein Vater machte, bevor er sich umbrachte. Sch! Gib mir deine Hand! Autsch! Sei kein Jammerlappen! Jetzt beträufel das Symbol mit Blut! Vater! Ja! Der ist bei dem Herz. Ja! So, Junge. Die Verbindung zu deinem Vater ist gestärkt. Danke. Für das, was du deiner Familie angetan hast. Danke für diese Worte. Aber das ändert nichts daran, dass ich es getan habe. Lindert nicht den Schmerz. Lindert nicht die Schuld. Du weißt noch nicht alles über die Vergangenheit deines Vaters. Aber das musst du selbst herausfinden. Trage keine Zweifel im Herzen, wenn du dem Spiegel gegenüber trittst. Sonst wirst du dich selbst in ihm verlieren. Das war's dann wohl für mich. Unsinn. Wir holen Hilfe. Ich kann... Nein, Mädchen. Schon bald bin ich bei Frau und Kind. Haha, sie sagte mir immer, als Gärtner hätte ich verdammt schlechten Bartwuchs. Wie recht sie hatte. Mein Herz. Gah! Gah! Agh! Gah! Untertitelung des ZDF, 2020